Der steht auf den Wächtern mit Skill oder was? Ja. Der hat doch gar keinen Skill, ist doch meine Frau oder was ist das denn hier? Für dich reist du das. Ich fasse es nicht. Der hat sicher mal ein Leuchteschild gesehen, hat gesagt, dass es über ist. Ganz klar. Irgendwissal schwer ironisch gemeint. Ja, vielleicht war das auch nur so ein Sehnsuchtsschrei. Ach, jetzt ein Rechter mit Skill. Das ist natürlich auch möglich. Das denke ich wahr. Das muss es gewesen sein. Du warst doch mit dem... Ja, perfekt. Mach mal ordentlich Zustände drauf. Weil ich mach für jeden Zustand, den du drauf machst, 10% mehr Schaden. Also gib mal das da. Ich gucke noch drauf. Ich gucke noch mal. Ah, meine Hexenmeister treffen für 6.000. Das ist echt nicht schlecht mit den Zuständen. So, wenn die Zustände drauf haben, sind die Töfter, oder was? Ja, also jeder Hexenmeister, wenn du einen Stab führst, als Messmer ist es so, dass du für jeden Zustand, der auf dem Mob ist, mach ich 10% mehr Schaden. Das ist nach oben hin unbegrenzt. Also jetzt bin ich bei 6.400 pro... pro Illusion, die halt draufkasteln. Das könnte immer 3 Stück sein. Also 3x6 macht er halt dann eben 18 Millilieer. Wenn sie alle 3 eben einmal casten. Dafür macht der Stab halt sonst nur... ein Chaosfeld und ein bisschen Dots und dann war's. Ja, nur für dich. Das Medikits einsam. Ja, genau. Vielen Dank.